Bei uns im Viertel wird immer gezockt. Dein Leben läuft ab wie beim Poker. Zuerst kommt der Small Blind. Das ist der Mindest-Einsatz, den jeder zahlen muss. Dein Leben. Abwech! Du warst fünf verfickte Jahre weg. Berlin ist nicht mehr, wie du kennst. Doch den meisten reicht es nicht, was sie haben. Dann musst du erhöhen. Das nennt man Rays. Ich wollte Mohamed ins Heim stecken. Mohamed Zagte liegt inzwischen bei meinem Vorgesetzten auf dem Tisch. Dieser Junge gehört in die Obhut einer Einrichtung. Niemand nimmt meinen Bruder von uns weg. Haben Sie das verstanden? Wollen Sie mir drohen? Aber erwarte nicht, dass dir jemand hilft. Hier zorgt jeder für sich allein. Wenn es regnet, wir sind nass. Wenn es regnet, dann werden wir alle nass. Ich und er sind viele Tage bereit für Action. Was fühlst du? Familie. Familie. Und das Spielen hört nie auf. Was?! Was ist ein